ja moin und herzlich willkommen bei Purocheck Silvesterfeuerwerk schön dass ihr wieder dabei seid ich habe mir gedacht wir testen heute mal vom panda die defender bombenrohre insgesamt sind in der packung hier sechs stück enthalten und die haben circa 5 gramm per stück und wir mal gucken wie die so knallen ob die so genau so geil sind wie die sanderkons von leslie was ich nicht glaube und die werden schon ganz okay sein so wir gehen raus und wir werden da mal ein bisschen mit rumballern tschüss abonniere abonniere abonniere